Nochmal beschreiben. Ja, bitte. Wie ist es denn mit der Wasserdichtigkeit? Da gibt es Videos im Internet. Ja. Ich beschreibe mal das Video. Muss man sich auch gar nicht anschauen. Es besteht daraus, dass jemand so zwei Wasserschüsseln nimmt und da das iPhone reinschmeißt. Und nach einer Stunde im Wasser geht es immer noch. Und das Video dauert eine Stunde. Ja. Und es ist musikalisch untermal. Ja, deswegen lieber gar nicht erst anschauen. Das ist also der Effekt. Der Nächste versucht es dann im Swimmingpool. So, schmeißt es einen Meter unter Wasser. iPhone ist kaputt. Also, ist es jetzt nur ein bisschen Wasserdichter als vorher? War das Zufall? Ist das Video gefakt? Ich würde einfach mal, alles egal, ja, grundsätzlich versuchen, das iPhone nicht ins Wasser zu schmeißen. Das tut ihm wahrscheinlich nicht gut. Also, ich meine, bei der Uhr sagt Apple, ist irgendwie, wie ist das, IP67 geschützt für einen Meter Wasser oder sowas. Ja, genau. Tim Cook sagt so im Nebensatz, er geht damit duschen. Ja. Sagt Tim Cook, er geht mit dem iPhone duschen. Nein, deswegen nicht in die Wasser. Ich weiß nicht. Also, ja, aber es ist, also ich meine, vielleicht ist der eine oder andere auch schon mal. Also, mir ist es schon nicht nur einmal in meinem Leben passiert, wenn du in irgend so einen Irrsinnsgewittersturzbachregen kommst und du wirklich bis auf die Haut durchgenässt bist und du hast halt ein Telefon dabei, wie man es halt so mit sich führt, dann kann das tatsächlich problematisch sein, weil es gibt diese eine Regengrenze, bei der fetzt dir einfach das Gerät, wenn du Pech hast. Und die Frage ist, würde das neue iPhone das überstehen? Hat es das alte überstanden oder nicht? Also, die größte Sprachstelle ist ja wahrscheinlich die Kopfhörerbuchse. Die würden mit eine der größten sein, ja. Weil Lightning ist erstmal von sich aus abgeschlossen. Man hat bei älteren Geräten auch schon so Gummidichtungen rund um die Lautstärkeregler gesehen. Der zweite Schwachpunkt ist möglicherweise die SIM-Schacht, wenn sie sowieso loswerden wollen. Mal sehen, wann sie da soweit sind. Aber ich glaube, so richtig zertifiziert dicht ist es nicht, weil wenn man es ein bisschen tiefer reinschmeißt, ist es halt auch vorbei. Ja, ja. Also mit Zertifizierung würde ich sagen, ist da gar nichts. Also da würde ich keine geheimnisvolle Zertifizierung erhoffen, die nur verschwiegen wurde. Aber die Hoffnung ist und die Vermutung aufgrund jetzt von der paar Videos, immerhin sind es ja ein paar mehr geworden. Am Anfang war es ja einfach nur einer, der da irgendwelche iPhones irgendwo reingeworfen hat. Und dann kamen so langsam, kamen so stückgeweise ein paar mehr, die noch iPhones da reingeworfen haben. Und dass man so langsam, und iFixit hat, glaube ich, auch gesagt, ja, wir wollen das auch nochmal ausprobieren. Also werden noch ein paar andere jetzt iPhones in Wasser werfen und vielleicht sind wir dann am Schluss ein bisschen schlauer. Aber es deutet zumindest an, als hätte sich was getan. Und es war ja so, dass bei Samsung unter anderem ja auch so ein bisschen in die Richtung gegangen ist mit dem S5. Und da ja auch dann irgendeiner gemerkt hat, okay, das S6 oder das S6 Edge, das kannst du auch ein bisschen in die Wasserpfanne, hätte ich jetzt gesagt, in die Wasserschüssel legen. Und dann geht es auch nicht gleich kaputt. Und meistens bist du ja damit schon ganz gut bedient. Ja, also dass du, wenn du so einen kurzen Wasserkontakt hast, der jetzt nicht eben, wenn es in den Pool fällt ist, kannst du sagen, ist Game Over. Ja, das ist vorbei. Aber wenn dir das irgendwie aus der Hose, wenn der Klassiker, wird wahrscheinlich das Klo sein. Also wenn du da vielleicht dann schnell genug bist und in dem Klo. Früher war es ja auch die Kopfhörerbuchse, wenn du im Regen telefonieren willst, ist die nach oben rausgestanden und da hat es reingeregnet. Und das kann ja damals, war es ja auch noch irgendwie mit diesen Wassersensoren, die sich dann verfärbt. Ja, ja, die waren ja im Kopfhöreranschluss natürlich drin. Und die hat es ja auch immer, die hat es ja auch erwischt, wenn die Leute irgendwie mit dem Telefon laufen gegangen sind und irgendwie die so am Kopfhörer runtergeschwitzt und dann gleich Wasser verformt, so Garantie weg. Das sind schon, das ist eine ärgerliche Sache. Es ist alles besser geworden. Es läuft auf die ganz simple Rechnung trotzdem hinaus, nicht in Wasser werfen und sicherlich keine geheime Zertifizierung. Dass die Dinger besser werden. Und ich meine jetzt, erste Gerüchte zum iPhone 7, logischerweise tauchen die jetzt schon auf, dass sich da eventuell was mit Staubdichte und so weiter tut. Das, ich glaube, wird an allen Stellen an den Apple selbst erstmal schrauben kann, SIM-Slot jetzt vielleicht dann mal ausgenommen, vielleicht fällt er dann auch schon bald mal weg. Dass sie da alles tun, um das halt schon jetzt so wasserdicht, staubdicht irgendwie zu bekommen. Aber der jetzige Stand der Dinge, egal was bei den ganzen Tests jetzt noch rauskommt und so weiter, nicht in Wasser werfen. Und das ist egal. Also vielleicht, da das auch keiner abschätzen kann, weil es halt dann, es ist halt nicht zertifiziert. Du kannst halt vielleicht eventuell mehr Glück haben mit dem Regen. Aber es ist halt keine Garantie dafür. Und weißt du, es macht vielleicht immer noch einen Unterschied, wie dann auch so das iPhone dem Wasser ausgesetzt ist, mit welcher Kante, mit wie in die Lautsklinkenstecker irgendwie reingespritzt wird. Also deswegen, also es läuft auf das gleiche Ergebnis alles hinaus. Also deswegen ist die Diskussion so ein bisschen zu akademisch, würde ich sagen. Ja, zumal es dir ja im Alltag das geringste Problem sein wird, dass du dein iPhone zufällig sanft in ein wenige Zentimeter tiefes Wasserbad legst. Ja, das ist so, passiert nicht. Ja, also das kannst du dir nicht zusammenkonstruieren. Entweder dir fällt es wirklich in den Pool, dann hast du wahrscheinlich dasselbe Problem wie jetzt, oder es fällt dir ins Klo, dann weißt du nicht, was passiert. Oder es fällt dir in die Badewanne, kann auch passieren, ist auch nicht besonderlich günstig, aber all so Sachen, ich meine, wo es halt so reinfallen kann, oder vielleicht eben doch mal in irgendwie ein gefülltes Waschbecken, wo die Leute überall ihre iPhones reinfallen lassen. Ja, also zum Beispiel jetzt, gerade wenn du es so in die Brusttasche steckst, und das ist extrem groß, so ein 6-Says-Plus. Das geht ja unten durch. Also das reißt die Tasche und fällt mit der Tasche sofort ins Wasser. Oder du läufst schon gebückt. Kannst gar nicht gerade laufen. Oder es wird halt so kopflastig, weil da so viel davon raussteht aus der Tasche, dass es dann einfach rausfällt. Und dann, weiß nicht, du machst gerade Suppe oder so. Das ist so ungefähr wie meine kleine Tochter, die ja auch sehr kopflastig im Moment. Wenn man die hinsetzt, dann fällt die auch immer nach vorne weg. Ja, das ist schlecht immer beibringen, dass sie nach hinten fallen soll. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Vielen Dank.